passt das auch und wie gesagt ich hoffe der Sound ist ein bisschen abgestimmt weil aber ich kann das jetzt ganz schlecht boah ich hab gar nicht auf die boah 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 ich hab gar nicht auf die Straße geachtet aber ich kann das nämlich gerade richtig schlecht beurteilen wie gesagt ich bin jetzt einfach reingefahren und aber bislang wollte ich eigentlich nur wissen ob's füßig läuft mit der Aufnahme austrian so fährt man heutzutage so würde ich immer fahren da ist einer benjamin